Ähm, irgendwie glaube ich, das bringt mir herzlichen wenig. Hä? Neues Tonicum! Medical Expert verbessert Ihre Verbandskästen, indem es Verletzungen mit verblüffender Geschwindigkeit heilt. Verwenden Sie Verbandskästen nie wieder ohne Ihren besten Freund. Den Medical Expert. Verbandskästen... Steht jetzt aber auch nicht, was diese Dinger da jeweils bringen, ne? Schau mal das da raus. Und du kleines Ding da, ne? Ich mag dich nicht. Und ich will ihn jetzt auch nicht hacken. Ja? Bis auf weiteres sind alle Tauchkugeln gesperrt. Wir mussten in Ryans Aufmerksamkeit sein, ja. Das Schloss ist nicht klar. Jetzt können wir noch... ...Ryans wird seinen Führungskreis nicht verwenden. Lungs haben aber erzählt, dass die Schlüssel sehr unzuverlässig sind. Schwestern, Cousins, alle mit genetischen Ähnlichkeiten können nach belieben mit den Tauchkugeln fahren. Nietenpistole, ach du scheiße, will ich haben. Hm. Wo muss ich hin? Ich gehe mal da oben hin. Oder komme ich von da? Ne, ich komme von da. Ich gehe hier hin, ich gehe hier hin. So. Und was da drin? Nö. Oh Mann, ich mag die Granatwerfer nicht. Die werden Granaten. Ja, wo schießt ihr was? Ne, hier muss ich ja hin. Ja, wo schießt ihr denn was? Ach, da war ja gar nichts mehr. Na dann? Ja, was war dann hier? Und hier wäre ich dann vom anderen Weg gekommen, ne? Jo, also war es eigentlich egal. Na egal. Bin ich eben den längeren Weg gegangen. Ist mir egal. Puh. Daddy mehr. 200 Adam? Was? Hypo the Big Daddy? Panzerrechte Pistolekugeln. Glückwunsch, du hast deine erste Belohnung von Tenenbaum für das Retten einer Little Sister gefunden. Neues Plasmid. Hy... Hypno... Tize... Oder Hypnose? Hypnose so geschrieben? Mach keine Ahnung. Big Daddy. Brauchen sie einen... Boah, nochmal. Brauchen sie einen Bodyguard für alle Not... Scheiße. Ähm... Veranlasst ein Big Daddy dich zu beschützen? Haben will aber... In Bank lagern. Ich... Abgraden. Ich hab 280. Yay! Plasmid Slot? Jawoll! Plasmid mehr tragen! Aber ich kann sogar eins auswählen. Bringen sie ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow. Bringen sie ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow. Vorsicht! Feuer breitet sich aus. Geil. Ähm... Noch einer? Ähm... Ähm... Tempohacker. Leutiert die Fließgeschwindigkeit beim Hacken? Ähm... Ähm... Ohne dieses... Ohne dieses offiziente Verteidigungsplasmid erwischen. Zeige deinen Gegnern die kalte Schulter mit Winterblast. Ich weiß, ich hab's heute nicht so mit vorlesen. Und das mal schnell abfackeln. Frieren sie ihre Gegner ein und schlagen sie sie in tausend Stücke. Schön! Und der Plasmid Slot. Abfackeln! Bringen sie ihre Gegner buchstäblich zur Weißglow. Vorsicht! Feuer breitet sich aus. 20, da krieg ich noch Tempohacker. Du hast ein wenig zusätzliche Gesundheit von Snacks und Bandagen. Bringer psychischen Schaden. Ja komm, krieg ich hier ein bisschen mehr. Oh, ja. Brauch ich auch einen Slot für... Ähm... Evelink, Medical Expert. Nein, ne Banklagern. Jetzt hab ich nix mehr. Jetzt hab ich nix mehr. Oha, das... Oh, das ist schmerzhaft aus die Hand. Episch! So, und... Hacken... Oder nicht. Netzarbeiten. Ähm... Na, schon ein bisschen schwerer, aber ich schaff das. Gibt's mal nix mehr zwischen dem Ding und dem Ding. Ach, keine Ahnung. Ähm, 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 ähm... Ach, ist das schon, äh... Denn dahin... Denn dahin... Denn dahin... Denn dahin... Denn dahin... Denn dahin... Äh, was, was, was? Ich hab... Eh, ein! Dahin, nein! Ich mach doch alles kaputt! Nein! Zertig! Ey, das ist so geil! Telekinese! Elektro-Bowl! Äh, wegen, äh... Winterblast! Ah, fuck! Boah, da muss ich schon fast feierten das Ding ab! Ja, mach du mal alles kaputt! Machst du gut! Ich geh weiter! Wir können einmal da einen Vorwurf machen, weil sie sich nach einer Wechselung sehen! Hm, uh, Sachen! Und eines Tages haben sie die jungen Herren einfach nicht mehr gemeldet! Oh, Verbandskasten! Den hack ich mal! Also, irgendwie... Sieht das gerade nicht so aus, als wenn das Ding... Ähm... Wenn ihr gleich so... Keine Ahnung... Irgendwie jetzt gesagt, wenn ihr gleich ganz viele Gegner kommen würden... Und da hätte ich doch schon ganz gern den gehackt! Dann teilen die Kerle dran! Wahrscheinlich glaube ich gerade einfach nur totalen Bullshit! Und... Naja... Und eine kleine Sache... Da startet ich jetzt keine Umfrage, aber... Könnt ihr meine Kommentare schreiben? Wäre echt nett! Ähm... Soll ich das hacken? Wegschneiden oder nicht? Also rausnehmen! Dass... Dass nicht gezeigt wird? Oder findet ihr das spannend? Oder... Ja, sagt mir das mal! Das wäre ganz, ähm... Cool! Was? 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 Du sitzt in der Scheiße, mein Freund! Okay! Hm... Hm... So, ich würde sagen, ich kann dann wieder gehen, oder? Oh, das ist schon wieder! Doof! Ja, lol! Bin ich jetzt gefangen, oder wie? Ja, chill! Boah! Wie viel hast du denn aus? Gut! Oh, mein Freund! Ja, wie viel hast du denn hier? Das ist schon wiederbye. Jeku! Ja, ich bin schon wieder da. 持